Das heißt, 6 Gefs umbringen und ich bin fertig. Oh, und bist doch noch mit der Jod. Ich hoffe mal, jetzt nicht eine Runde, die auf 15 Minuten geht. Ich hoffe mal, noch so 3 Schmuten, 5 und 3 Schmuten. Äh, komplett frisch. Ja, wir gehen gehen. Wir gehen hier hin, Gefs, kleine Fabrik, Kleiner. Warst du das, oder war ich das? Das war ich. Dann haben wir irgendwo gleichzeitig geschossen. Ähm, wir gehen in die komplett falsche Richtung, ne? Ja, ich will die Sniper von den Armen. Achso. War. Ja, war. Alles klar. Der von wo? Ist weg. Entspannt euch mal bitte, ja? Das ist schon wieder so für die Schefs, ey. Ist gut für mich. Ich hab jetzt schon, jetzt für mich noch ein Schef und ich hab die erste Mission erledigt. Dann lief wieder ein Militärstandard erst in den Gaston hinein, oder? Los, Gefs, wie hat Ihnen das gefallen, dass ich den Komplett aufsnabeln habe? Du Scheisswaffe, Alter, was da los? Ohne Aufsatzregard. Kleine Fabrik wollten wir ja gehen. Ja, die sind ziemlich verteilt, ne? Wie ist das Gefs, hast du jetzt schon getötetet? Einen. Nein, ich komm noch hin. Trink. Hoffe ich mal. Da liegt ne Waffe. Aber ich muss mit Maschinenpistolen spielen. Perfekt. Ja, mein Magen ist weg, genau. Genau. Warte wieder, komm schnell da rum. Achso. Oh, ein Hedgehammer. Kleine Fabrik sollten vielleicht paar Skefs, viele Skefs rumdödeln. Einfach der Magen, auf der Scherl ist klar, Alter. Da musst du erstmal schnibbeln. Ja, zum Beispiel hab ich so ein Riesending dabei. Wo ich viel schnibbeln bin. Sehr gut. Gut. Wo ist Zeiler? Machst du alle kalt. Am besten auch noch weg-headshotten muss ich die. Weil es ist eine Aufgabe von maximal 20 Meter zu headshotten. Komm mal besser doch. Komm mal rein. So, den ersten weg geh-headshotten. Hinter dir, hinter dir. Hier hinter mir. Ah da vorne. Jaaa. Das war über 20... Digga, das war von über 20 Meter. Kacke Digga. Jetzt habe ich einen Skef getötet und der hat nicht gezählt. Hier oben. Ja, ich... 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 Ich push grad komplett nach oben. Jaaa, weg mit dir. Drecks, Skef. Dreckiger. Ich geh mal auch unten in den Keller, weil da sollten ja auch manchmal welche rumdödeln oder nicht. Ja. Skefs, hallo. Oh, ich glaub ich hab dieses Soda gefunden. Oh, du Lacker. Er... Erfrischende Soda heißt sie. Das darfst du nicht trinken, das kannst du eintauschen. Okay. Gegen äh geile Ware. Mit der Gaston. Ist so ne blaue. Ah ja. Ja. In der Sporttasche wahrscheinlich, ne? Oder in der Lacken oder in der... In dem Werkzeugkasten. Ich bin vollgepumpt mit Pillen, alter. Sehr gut. Mission. Einzelschub fertig. Noch zwei Skefs äh... Weckettshotten. Ich schau auf jeden Fall, kannst nicht irgendwas. Oh, noch ne Soda gefunden. Ach, Bruder. Ja, das ist wirklich die richtige Soda ist und hast ja echt viel Glück. Komm mal her. Gels. Wo seid ihr? Keine Angst. Ich mach euch... Ich tu euch noch nix. Arbeitskleidung. Was ist die hier? Zumindest sieht das so aus. Zumindest sieht das so aus. Müsste ja. Nice, nice. Müsste. Wir können auch weiter laufen. Weil es sind... Sie sind nur bekannt. Sie sind nur bekannt. Die Staaten sind nur dringend. Ah. Das ist gegen den Event. Deswegen... Und schlecht. Werkzeugkasten sind die. Messing... Gummipolster. 10.000. Nehmen wir mit. Das ist immer an, was wert. Das Messingrohr auch. Das war nochmal... Wahrscheinlich 10.000. Ich glaube, wir müssen weiter. Ich glaube, wir sind keine Scaps mehr unterwegs. Expertenverbandskasten. Gut. H202 Flasche. Was dort. Wie heißen die Flaschenmarven, die du da findest? Soda. Erfrischende Soda. Fabrik und Kleiderschlüssel. Ja, wir müssten glaube ich wirklich weiter gehen. Geht denn hier so ab? Was kommt der? Ach du Scheiße! Bruder, der... Der hat mir einfach grad meinen ganzen Körper durchgerotzt. Keine Ahnung was. Bruder. Du schaust dir auch ziemlich, 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 ziemlich offen. Mein Bein ist weg, beide Arme sind weg und mein Magen ist weg. Ja, geil, ne? Oh mein Gott, da ist ein Treff. Oh mein Gott. Ich brauche Hilfe. Töte den mal einer. Ich brauche Deckung. Ich bin... Hau rein. Ich wollte das denn auch. Ipi. So, danach erstmal meinen Standardkasten benutzen. Es lag so viel, wie bei dir kaputt ist. Weiß nicht. Ich benutze trotzdem jetzt. Schlagfeld, Meke. Oh, danke. Was ist denn bei dir noch alles? Hast du überhaupt noch was für deine... Ja, warte, ich kann noch meinen Standardkits zweimal benutzen. Dann habe ich vielleicht auch mein anderes Bein und meinen Magen wieder. Dann sind nur noch meine Arme kaputt. Der Skeff hat einfach grad... Der Skeff hat einfach grad mein ganzes Leben auseinander genommen. Und weiter rum schnibbeln. Boah, der ist rumgerustet. Mein Arm ist wieder da. Und da bin ich doch wieder. Außerhalb meinen Magen und mein Ding. Da unten für den Kasten. Jetzt wird geschnibbelt. Ich kann schon meinen Magen wieder reparieren. Ja. Und... Okay, ich bin wieder komplett da. Ich hab hier in den Kasten. Dann sind wir noch ein Abzeichen dazu. Danke. Ja. Oh. What? Okay. Der Skeff hatte grad ein Wieler unten begonnen. Das alte Mann, der gab. Oh, warte. Oh, warte. Und da heißt... 170.000! Gönnung. Oh mein Gott. Zum Glück hab ich grad noch so was ein Taurin getränkt gehabt. Was grad noch mal ein bisschen meine... mein Wasser erhöht. Oh, ich bin mit tief save spielen, Alter. Ich bin voll gelootet. Oh ja, ich konnte... man konnte mich grad noch so retten. ich bin voll gelootet mir fehlt einfach noch also ich hab zwar noch viel platz aber ich hab jetzt auch ziemlich geil geloot ja mir fehlt da läuft er noch ja das ist scheiße der ist ein bisschen krank wie ein Bär das ist ein Zwei auch Bruder nicht bewegen nicht bewegen ja das musst du eins gef eins gef hier 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 decir Ja, weil du voll laut bist, weil du dich drehst, du musst Tab drücken oder Dings runter, Shift runter, dann ist es nicht so laut. Oh, mein Magen fängt an zu knurren. Ich hab halt jeden kleinen Scheiß mitgenommen. Schritte? Hier mit eurer Sniper und nicht mit meiner MP. Ja, das ist schlecht. Ah, der Magen hat eine Starke. Obwohl, die Mosen ist nicht mal ein Scharfstützgewehr, das ist ein Repetiergewehr. Die, die Marvin hat, die hab ich mir auch gebaut. Ja. Nur für gleich, wenn ich uns Scuff umbringe. Komm. 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 Vielen Dank. Sprint mal raus mit deiner MP. Was? Sprint mal raus mit deiner MP. Warte. Ich hasse Türen. Schaffer auf dem Weg finden wir noch einen einzigen Skeff. Da liegt ein Skeff tot auf dem Boden. Skeff, rechts im Wald. Im Wald? Links. Geradeaus. Oh, puh. Hä? Geradeaus. Da guck ich ja. Hinter dem Stein. Gehen da. Nee, hier. Geradeaus. Hier. Ja, ja. Hier. Unter uns jetzt. Unter uns. Unter uns. Ich... Ich muss ihn headshotten. Ach, geht doch, Digga. Ich hab mir endlich headshottet. Digga, ey. Mit MP so kacke zu headshotten. Egal. Habt ihr es hingekriegt. Du bist wahrscheinlich wieder tot, oder? Ja, beide Arme sind zwar weg, aber wir gehen jetzt extracten einfach. Würde ich sagen. Habt ihr noch meine krassen Schmerztabletten, die einfach lange halten? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Okay, Mann. Schlimmer. Immer weg von uns, Kevs. Ich zieht euch. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Da ist ein... Da ist er. Wo? Da oben auf den Berg. Auf 120. Oh, hoooot. Okay, okay, okay. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Der hat mich mit einem schlechten Erinnerungen hier. Na, allerdings. Essen? Oh, Mann. Öffnen. Da unten ist ein Medicatil-Verbandskast drin. Schaffen etwas Gutes. Desinfektionsmittel. Okay. oh boy oh Das ist ein Extractor. Was ist das? Ich hab 8 Kills gemacht. 260.000 Beute wirf. 8 Scaffs hab ich ungemetzelt, der eine Scaff hat mir aber einfach meinen ganzen Körper weggebumst. Durch den ganzen Körper weggeballert. Egal Mission abholen und dann rein da Level 20. Hier kann ich jetzt tauschen. Level 20. Hast du gewonnen wo du tauschen kannst? Oh, ich hab einen goldenen Schlüssel. Nice. Waren das die beiden? Naja. Krass, okay. Hast du was wo du tauschen kannst? Einmal ne Kamera. Und zweimal ne Kamera. Ich weiß auch nicht was sie wert ist. Kamera. Kann ich dir gleich sagen. Ich tippe mal auf 20.000. Ja. Echt? Ja. Ist doch gut. Ist ok. Nö. Nö. Fühl einfach nur so, oder? Hahahaha. 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 Sooo. Sooo. Jetzt nehme ich rüstisch die Sniper aus die Marden hat. Als ich mit der spielen wollte. Sooo. Sooo. Governor Mayr. Nein! Nadiemann. So, hier ist der ganze Scheiß verbunden. Eine Wärmebildkamera könntest du mir jetzt hier reinballern. So, hier ist der ganze Scheiß verbunden. So, hier ist der ganze Scheiß verbunden. Jetzt hab ich nur 600.000, ich hab mir grad die Kamera gekauft. M110. Das hab ich auch. So, hier ist der ganze Scheiß verbunden. So, hier ist der ganze Scheiß verbunden. Das war's. So, hier ist der ganze Scheiß verbunden. So, hier ist der ganze Scheiß verbunden. So, hier ist der ganze Scheiß verbunden. Das ist so schön. Dann kaufe ich mir mal die Cameras Oh, ich habe nur 600.000 Das heißt Ich möchte hier ungern einfach mal verlieren Obwohl das, was wir jetzt spielen ist sweaty 1,7 Millionen Gekauft Jetzt kostet es 1,9 Millionen Sekunde später lol Ich habe mir die auch von 1,8 Wunsch geholt Einfach mal easy 200k gesperrt Ach ich glaube ich muss mir noch einen passenden Helm kaufen Ja Meine Wärmebildkamera hängt einfach unten und nicht vor meinen Augen Pfff Alter, hast du toll zu machen? Ach du Scheiße Ich baue mir jetzt erstmal keine Waffen Ich habe hier meine Waffen Paar Skeffinrund müssen dann auch mal sein Bruder Oder Ich habe ein krasses Bündelpaket Wenn ich jetzt Glück habe Kriege ich eine antike Kriege ich eine antike Teekanne Die 1,5 Millionen kostet oder so Gön Ich habe rote Muni bekommen Rote Munition Die ist doch viel wert oder nicht? Fünftausend ist die wert Fünftausend 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 Du brauchst ja nicht den Helm mitzunehmen, sondern nur die Wärmebildkamera. Vielleicht killen wir ja auch welche mit der Wärmebildkamera. Das ist das Ziel. Stell mal vor, jeder von uns kriegt mindestens so ein, zwei Kameras. Boah, Alter. Oh, Hilfe, Alter. Ich geh direkt verkaufen. Ich brauch Geld. Ich glaub ich hab irgendwie fast 60 Euro Niemie oder so, keine Ahnung. Soll. Alter, dann geht jetzt schon der Stift, ne? Wem geht noch der Stift? Hallo? Oh, Digga. Ich hab Angst. Geht eigentlich. Vor allem Benni ist jetzt einfach höher als Marvin. Tja. Benni ist ja auch am Suchten. Naja, also alleine spiel ich eigentlich gar nicht. Ich hab vorgestern, glaub ich, ganze Zeit Benni gespielt. Viele Runden. Weil gestern war niemand online da. Hast du ja Resident Evil 2 gespielt? Glaub ich. Oh, es geht los. Meine Wärmebildkamera ist nicht unten. Wie mach ich meine Wärmebildkamera nach unten? V? V? Ich weiß es nicht. Ne, V nicht. Guck dir das mal bei ihm an. Ja, Digga. Ja. Ah, mit N. Okay, hab's. Danke. Okay. Okay, mit N. Ich hab'n Schokoriegel gefunden. Boah, Alter. Also jeder Schritt könnte vorbei sein. Ja. Wir sind aber auch im Arsch der Welt gespawnt. Was ist denn das? Gehen wir den Wald lang? Gehen wir den Wald lang? Gehen wir den Wald lang über Fabrik? So hinten. Ich kapp'n schein. Ist eigentlich ne Schali drauf, oder? Ich hab'n schand glaube ich. Ich glaube, der ist hier echt richtig. Warte mal. Da ist irgendwas im Busch, wenn du siehst. Können wir auch mal rein? Können wir auch Scaf spawnen? Ja. Okay. Uh, alle drei mit Wärmebüter, das ist krass. Wir sind gleich bei der Fabrik. Und wieder Zermal aufsetzen. Ich habe gehört, Fabrik. Ist eigentlich die Thermalen Visierer auch gut? Ja, die sind eigentlich genauso. Aber das hast du halt... Halt nur für die eine Waffe. Ich glaube, du meinst ein Tenavis hier mit den gelben... Ach, gelb sind die dann. Ja, weil die hier sind ja weiß. Pfff. Junge, ich sehe überall Scafs. Echt? Ich sehe hier keinen einzigen Scaf. Gar nichts, Alter. Ich sehe keinen einzigen. Ja, ich auch. Da da oben ist einer. Oh, ich mag die Fabrik nicht. Wie hell... Wie hell die Scheiße... Da vorne. Äh, auf 140. Ah ne, ist los. Scaf, okay. Wie hell die Scheiße ist, wenn du N drückst, ey. Holy Shit. Bruder. Ich bin tot. Was von wo? Keine Ahnung. Scheiße. Lebt ihr noch? Ja, ja. Ja. Da versteckt ihr euch und... Ich sage euch, wo der war. Im... Oh, der ist im Busch links von euch. Links. Hat er den Termal getötet? Nein, er hat keinen Termal. Was? Der liegt einfach nur im Busch. Wenn ihr... Der liegt... Richtung... Wenn ihr weiter jetzt... Richtung... Da lang gegangen wärt, wo ihr wart. Da liegt der im Busch. Also auf jeden Fall nicht weiter gehen. Oder halt in den Busch gucken. An der Wand lang. Oder ihr wartet, bis er zur Leiche kommt. Ich bin tot. Ich bin tot. Ach, Digger. Mann! Ja. Ach, das geht nicht. Wirklich? Wunderbar. Wunderbar. Ja, der Modus ist halt... Verbotene Zone ist halt... Bar. Ne, die muss die... Die muss die... Die muss die... Nicht weglaufen, Alter. Ich weiß. Aber erst ein bisschen Abstand. Warte. Was soll kein... Ne, unsere Leiche, ne? Für sich in... Nix, Kader. Oh. Oh. Ah, Gigi. Das ist bei euch für euch. Für euch für euch. Leise bin ich jetzt. Ich glaub ich hab nen fetten Rucksack mit. Ja, nicht reingucken in die Leiche. Der ist ja immer noch. Er ist mit entgegen, Alter. Und dann... Hoffentlich die zwei Helme mit nach Hause bringen. Ja, nee. Nicht die Helme, sondern einfach nur die Thermaldinger. Ja. Die kannst du ja entfernen aus dem Helm. Ich weiß. Da kommt ne Granate aus. Oh mein Gott. Ja, Dig. Kann man Kampferner scheiß granatisch wegrennen. Der fickt dieses Spiel. Echt. Vor allem diesen Modus. Die haben noch nie gespielt. Direkt sterben. Ja, hat der jetzt 6 Millionen gemacht. Oh, der hat mich aber auch richtig komisch angeguckt durch den Busch. Der hat einfach... Keine Ahnung was er getan hat. Der schmeißt einfach ne Granate da hin. Scheiße. Ich hab den einfach gemeldet zu ESP. Wenn der jetzt durchkommt mit der Meldung, dann... Hau mal rein. Ach herrsch was weiter auf dem Markt verkauft. Ich hab nämlich kein Geld mehr die... ... Und... ... ... Oh, ich hab noch 600,000. Was fetter Buster? Oh ne, er hat das gestreamt? Oh, der hat 6 Mülle jetzt gemacht. Aber der, ach du scheiße, also wenn ich seinen Lager sehe, dann hat er auf jeden Fall ein paar Stunden mehr als er. Der gute Buschcamper. Ja. Ja, wahrscheinlich gammelt der jede Runde in den Busch und killt der einfach alle nur. Oh, das war die Company-Folge, wo wir im Treibsand alle, wo Marvin und ich im Treibsand verreckt sind. Travibsaband. 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 Oder wo der Forest Giant einfach in der Luft gelaufen ist. Ich hab grad mal 10 Stunden Spielzeit in dem Spiel. Mann! 3 Stunden geheim und 7 Stunden taktisch. Wollen wir in der Runde Black Ops? Weg, Obobs. Ich hab ja jetzt Black Ops. Hab ich gesehen. Und dann wieder in der Sperrzone verlieren. Durch den Buschcamper. Oh, Rainer Black Ops 3. Ich hol mir kurz Wasser, was zu trinken. Ja, wie würde ich auch machen. Du mich bin. Wunderschön. Ich bin. Ich komm. Duqueber. Ich bin. Ich bin.